Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet Leichtathletik Podcast. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit dem Sportpsychologen Henning Trin. In dieser Folge geht es unter anderem um eine Frage, die sich jede Sportlerin und jeder Sportler irgendwann stellen muss. Was kommt nach dem Sport? Wie gehe ich mit dem Ende meiner sportlichen Laufbahn um? Und wie bereite ich mich am besten darauf vor? Und falls ihr den ersten Teil meines Interviews mit Henning Trin noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Wenn du den Meinathlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Meinathlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Meinathlet, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurter Main. Ich animiere meine Hörer immer dazu, dass sie mir auch Ideen für Folgen zuschicken oder auch Fragen und Themen. Und da habe ich erst vor wenigen Wochen einen Tipp von einem Hörer bekommen und da ging es darum, die Situation von Leistungssportlern nach der Karriere. Du hast es ja eben auch schon so ein bisschen angeschnitten. Die Lockdown-Zeit ging so ein bisschen in die Richtung und ihm geht es insbesondere darum, dass es für viele Leistungssportler sehr, sehr schwierig ist, erst mal danach wieder im, ich sag mal, Nicht-Sportler-Leben anzukommen. Weil man 10, 15, 20 Jahre im Prinzip in diesem Leistungssportbereich war, jedes Jahr auf Ziele hin trainiert hat und da wirklich ein sehr, sehr großer Teil des Lebens auf einmal wegbricht. Hast du damit ab und zu zu tun? Definitiv. Also vor allem aber auch von der Sorge, was kommt denn dann? Ja. Ich glaube, das ist das eine, was dann passiert, wenn die Karriere wirklich vorbei ist. Aber ich meine, es gibt ja schon auch eine Phase vorher, wo dann die innere Auseinandersetzung damit stattfindet. Und man langsam merkt, okay, es geht jetzt wirklich auf die letzte Zielgerade so zu. Und was kommt dann? Und ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, ab einer gewissen Altersstruktur oder ab einer gewissen Phase in der Karriere sich schon damit auseinanderzusetzen. Jetzt ist es ja in der Leichtathletik zum, ich würde wirklich sagen, zum Glück so, dass Sportler schon auch in den meisten Fällen eine duale Karriereform anstreben und irgendwas nebenher machen. Ob das jetzt eine Ausbildung, ein Studium, Bundeswehr, Polizei etc. ist. Und ich halte das schon für extrem wichtig, sich dann damit auseinanderzusetzen, sowohl für die Zeit, die du gerade angesprochen hast, aber auch genauso für die aktive Zeit. Also wenn mich, das meinte ich vorher, wenn ich eine Phase habe, die einfach Mist ist, also wenn ich meine Zeit nicht laufe, wenn meine Form nicht stimmt, wenn ich irgendwie viel verletzt bin. Und ich habe nur mich im Sport, weil ich alles andere irgendwie, vielleicht auch aus guten Gründen, aus ganz, ganz großer Strebsamkeit, wenn ich alles andere irgendwie ausschalte und sage, ich bin nur Sportler. Und dann läuft es aber im Sport echt miserabel. Dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich relativ wenig andere Säulen, die mich irgendwie ausmachen und die für mich eine Form von Sicherheit auch geben. Deswegen ist, glaube ich, eine Form von dualer Karriere und zu merken, okay, ich bin auch in anderen Bereichen leistungsfähig, ich kann auch was in anderen Bereichen, auch Fokus auf soziales Umfeld legen. Ich habe auch Freunde, auch außerhalb des Sports. Ich bin nicht nur der Sportler, die Sportlerin. Ganz wichtig, um vernünftig in diese Phase nach der Karriere zu kommen und auch in diese Phase zu kommen, wenn ich keine Struktur mehr habe, die mir eigentlich vorgegeben wird und wenn ich selber für Struktur sorgen muss, dann bin ich dafür schon besser gerüstet. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem auch wehtun kann, wenn ich jetzt ein, zwei Jahre nach meiner Karriere wieder ins Stadion gehe und irgendwie, dass es dann kitzelt. Das kann ja trotzdem passieren, ist aber völlig okay. Also das wird ja, du bleibst ja irgendwo auch immer Sportler. Wirst du ja wahrscheinlich auch so sehen, dass du... Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man im sportlichen Bereich ein Talent hat. Ich sage mal, wenn man jetzt ein guter Musiker ist oder ein sehr guter Redner, das kann man machen, bis man 60, 70, 80 Jahre ist. Aber das Talent, als Sportler aktiv zu sein, wie du vorhin schon gesagt hast, das geht maximal bis 30, 40 und dann ist dann auch irgendwann Ende. Und bei mir war es auch so, dieses letzte halbe Jahr, wo man sich dann so langsam eingesteht, okay, so langsam musst du mal überlegen, was jetzt danach kommt. Auch dann während der Wettkämpfe oder im Training, das ist definitiv keine einfache Zeit. Und ich weiß auch, dass es vielen Athleten, aktiven Athleten so geht, die schon darüber nachdenken, wie wird das sein, wenn ich merke, okay, es kommt zu einem Ende. Und bei mir war es dann tatsächlich so, ich habe mir dann danach relativ schnell andere Hobbys gesucht, um das einfach ein Stück weit auch auszugleichen. Aber es ist, wie du sagst, eine nicht ganz einfache Situation. Definitiv. Also ich meine, es gibt sicherlich auch viele Sportler, die ihren Frieden dann damit gefunden haben, die dann auch sagen können, ich kann da jetzt echt einen Strich drunter machen. Und diese Leistungssportwelt, das war schön, aber ich bin auch echt froh, dass das vorbei ist. Das ist ja auch absolut okay. Ich glaube auch, dass es, wie vorhin schon gesagt, dass es da wichtig ist, sich einfach mit so Themen auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, wie geht es mir damit, wenn ich darüber nachdenke, wie geht es mir damit mit der Vorstellung, was kommt dann, was bin ich noch, was macht mir noch Spaß. Vielleicht möchte ich jetzt auch mal ein halbes Jahr gar nichts machen und reisen und so, weil das Dinge sind. Klar bin ich viel gereist in meiner Karriere, aber ich kannte halt die Anlage und das Hotel und den Flughafen. So ist ja häufig Reisen im Sportkontext. Alles gut, aber es ist einfach, glaube ich, ganz, ganz elementar, da selber gut in sich hinein zu horchen und sich selber ehrliche Fragen zu stellen. In dieser Hörerfrage ging es auch um das Thema Depression in diesem Bereich. Ich glaube, das ist auch noch so ein Tabuthema. Aber kannst du da vielleicht so ein bisschen was aus deinem Erfahrungsschatz erzählen? Tabuthema würde ich unterschreiben, aber jetzt nicht nur für den Kontext Sport, sondern, glaube ich, allgemein haftet Depression einfach irgendwo noch was an von wegen, okay, das möchte ich jetzt vielleicht lieber verschweigen. Ich glaube, wir gehen einen guten Weg in der Gesellschaft. Es wäre schön, wir würden da noch schneller Richtung Offenheit kommen. Man kann allgemein sagen, dass Depressionen nicht weniger häufig oder häufiger vorkommen im Sport als auch in der Gesamtbevölkerung. Das heißt, es ist genauso allgegenwärtig im Sport, wie es in jedem anderen Bereich ist. Und das ist natürlich etwas, was in meinem Arbeitsalltag auch eine Rolle spielt. Also es gibt prozentual aber drei, vier Sportler pro Jahr, wo zumindest dann irgendwo in der Form der Begleitung klar wird, okay, das sind jetzt keine Übertrainingssymptome. Und das ist jetzt nicht auch eine Form von, ich habe mal gerade eine schlechte Phase, sondern das sind dann, da reden wir schon über eine depressive Episode. Da muss man dann aber auch sagen, da hört dann der Interventionsbereich des Sportpsychologen auf und da geht es dann schon darum, eng zusammenzuarbeiten mit klinischen Psychologen beziehungsweise approbierten Psychotherapeuten bis hin zu Psychiatern. Es gibt in Deutschland auch die Richtung der Sportpsychiatrie, das heißt auch die Fachärzte in der Medizin im Bereich psychischer Erkrankung haben eine Arbeitsgruppe oder zumindest eine Richtung vorgegeben in Richtung Sport. Und das ist ganz wichtig, weil Depressionen klar, aber auch andere psychische Erkrankungen, ob Borderline oder Form von Persönlichkeitsstörungen im Sport schon auch immer mal wieder vorkommen. Und dass es da einfach ganz wichtig ist, dass es neben den Sportpsychologen, die vielleicht mehr im Leistungspsychologischen oder in Lebensfragen zur Verfügung stehen, auch die Fachfrauen und Fachmänner gibt, die sich im Bereich psychiatrische Erkrankung auskennen und auch arbeiten und auch dort Anlaufstellen für Sportler schaffen. Und da für mich nochmal so eine Verständnisfrage, Depression und Burnout, ist es das Gleiche oder sind es zwei unterschiedliche Erkrankungen? Das sind zwei unterschiedliche Erkrankungen, aber die Differenzialdiagnose zu stellen ist nicht immer ganz einfach, weil es einfach an manchen Punkten durchaus Ähnlichkeiten gibt, also in Form der Symptomatik. Aber auch da ist es jetzt erstmal nicht verkehrt sensibilisiert zu sein als Sportpsychologe. Und wenn ich merke, okay, da sind Symptome wie Antriebslosigkeit, sich sehr, sehr erschöpft fühlen, Schlafprobleme haben, soziale Isolation, sich dort relativ schnell auszutauschen mit Psychotherapeuten oder mal einem Kollegen aus dem klinischen Bereich zu sagen, okay, ich würde mich freuen. Du könntest diese Sportlerin, diesen Sportler auch mal kennenlernen und einfach mal deine Meinung dort abzugeben. So, dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste, was war dein größter beruflicher Erfolg? Ich wusste ja, dass diese Kategorien kommen und habe mich im Vorfeld wirklich versucht, intensiv damit auseinanderzusetzen, mich aber sehr schwer getan, das so zu formulieren, weil ich das jetzt auch nicht an irgendeiner Platzierung oder sonst was festmachen wollte von einer Athletin oder Athleten, die diese Person dann mal erreicht hat. Es gibt Situationen, an die ich so zurückdenke, wo ich mich sehr gefreut habe. Das war nicht in der Leichtathletik, das war im Handball, wo ich auf der Tribüne saß und gesehen habe, wie der Sportler etwas, was wir vorher besprochen haben, umgesetzt hat. Also das war, wir haben über Szenarien gesprochen und wie er mit kritischen Situationen umgeht und es war genau so eine kritische Situation und die Form des Umgangs danach damit war eins zu eins so, wie er sich das vorgenommen hatte. Kurz darauf war er dann wieder auf dem Feld und hat dann eigentlich so weitergespielt, wie jetzt ob nichts gewesen wäre. Und das war wirklich sowas, wo ich dachte, ey cool, das freut mich jetzt mega für ihn, dass das, was er sich so vorgenommen hat und was er erreichen wollte, geklappt hat. Und solche Situationen gibt es natürlich immer mal wieder, wo du merkst, okay, das, woran ihr gearbeitet habt, das klappt so. Und da finde ich, das macht dann Spaß. Das hat auch im Prinzip Marc in seiner Folge so beschrieben, bei den Rennen jetzt in dieser Hallensaison, dass es auf einmal ein ganz anderes Laufen war. Also der ganz anders in die Situation reingegangen ist, die er auch nochmal zugenickt hat bei einem Rennen, bei dem du auch mit dabei warst. In Düsseldorf, ja. Ja, das ist, genau, es ist auch so eine Situation, wo ich, wenn ich daran zurückdenke, auch denke, so, das war echt, das war ein cooler Moment, weil ihn da so zu sehen und so mit seinem Lächeln zu sehen. Und da dachte ich so, okay, krass, da, das macht der gerade echt gut. So, und da, das war einfach toll anzuschauen. Ich glaube, so diese Momente, die, die machen besonders Spaß. Das sind jetzt, ich weiß nicht, ob sie der Definition eines beruflichen Erfolges nachkommen, aber das sind so Momente, wo ich merke, okay, das, davon möchte ich gerne mehr haben. Und auf der anderen Seite eher schwierige Situationen? Ganz klar, also wir haben vorhin über psychische Erkrankungen gesprochen, aber, also Tod von Familienmitgliedern oder Partnern oder engen Freunden ist schon ein Thema, wo ich jedes Mal vorher sehr großen Respekt davor habe. Und da auch mich dann schon selber, glaube ich, dann zu ihren muss, okay, das ist jetzt auch einfach ein Gespräch von Mensch zu Mensch. Und in solchen Gesprächen, wenn es um das Thema Tod geht, ist es sicherlich nicht immer einfach, die richtigen Worte zu finden. Wahrscheinlich gibt es sowas wie richtige Worte auch gar nicht. Aber zu wissen, okay, damit, wir setzen uns jetzt damit auseinander und wir schaffen zumindest einen Raum, wo darüber gesprochen werden kann, wenn das gewollt ist, das ist dann schon etwas, wo ich zumindest sehr großen Respekt vor habe. Jetzt auf einer ganz, ganz anderen Ebene nach großen sportlichen Misserfolgen. Es sind natürlich so manchmal so Follow-up-Gespräche oder wenn du deinen Athleten in einer Situation hast, wo er sie gerade total niedergeschlagen ist, vielleicht auch viele Tränen fließen und so. Das ist jetzt auch nicht immer schön, aber das habe ich ja auf der anderen Seite vorhin gesagt, das ist dann noch so ein Bereich, wo ich zumindest sehen kann, okay, das ist jetzt irgendwie auf einem Ende der Skala ein emotionales Erleben. Aber wenn es heute ein bisschen anders gelaufen wäre, dann wären wir vielleicht genau auf der anderen Skala gewesen, bei der totalen Freude. Und das ist irgendwie noch so ein Emotionsbereich, wo ich sage, okay, in dem Spektrum, da geht es in Anführungsstrichen nur um Sport. Jetzt bei, sagen wir mal, wirklich existenziellen oder bei Lebensthemen wie Verlust von geliebten Menschen, das ist natürlich eine ganz andere Form von Trauer oder auch von Wichtigkeit. Meine nächste Frage wäre, was magst du besonders an deiner Arbeit? Aber du hast es ja im Prinzip schon mit der ersten Frage so ein Stück weit beantwortet. Ja, beziehungsweise ich würde schon noch sagen, dass die Vielfältigkeit etwas ist, was ich extrem wertschätze. Dass du nie weißt, was kommt da auf dich zu. Also dieses Kennenlernen von einer neuen Athletin, eines neuen Athleten und das auseinandersetzen. Okay, was ist denn der Wunsch, der da mitgebracht wird? Also das ist schon etwas, wo ich jedes Mal aufs Neue total gespannt bin. So, das ist ja, ja, weil du einfach irgendwie in eine neue Lebensgeschichte mit eintauchst. Du lernst jemanden, einen Menschen neu kennen. Es ist ja irgendwie, das habe ich ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, dass mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass auch das Zwischenmenschliche passt. Also irgendwo, glaube ich, wenn ich im klinischen Bereich arbeiten würde, gäbe es eine ganz andere Form von Distanz. Es geht schon damit los, dass man sich sitzen würde und so weiter. Und in dem Moment, wo es ein Sportler und ein Sportler ist, dann hat es ja immer auch so ein, der Amerikaner sagt dazu, Buddy Psychology, also so eine kumpelhafte Art und Weise. Und da zu gucken, okay, finden wir jetzt irgendwie eine gemeinsame Plattform und von der, wo geht es dann hin mit unserer Reise? Das ist schon etwas, wo ich, glaube ich, maximalen Spaß habe und was ich an diesem Job wirklich liebe. Dass da, dass du nie weißt, okay, was kommt da, wie können wir zusammenfinden? Was kann irgendwie ein Schlüssel sein bei dieser Sportlerin, diesem Sportler? Da brenne ich für. Das kann ich, glaube ich, so 100 Prozent sagen, ja. Und gibt es auch Bereiche, die dich so ein bisschen nerven? Ja, es ist, also, ich meine, weiß nicht, ob man das als Psychologe sonst häufig so sagt, aber natürlich gibt es auch Situationen, wo du dir selber denkst, boah, das kann ich nicht mehr hören. Tatsächlich? Definitiv. Ganz, ganz bestimmt. Und ich finde, das darf man auch, also, habe ich jetzt ja auch getan, das muss man auch mal sagen, dass es auch Psychologen so geht, dass sie manchmal denken, oder auch ich manchmal denke, ey, bitte nicht schon wieder. So, ich möchte diese Story nicht mehr hören. Und da muss man, glaube ich, auch gut auf seine eigene, man benutzt den Bereich, das Wort der Psychohygiene, auf seine eigene Psychohygiene gut Acht geben. Und auch mal, und das tue ich dann auch, ich melde dann auch mal zurück, sorry, aber ich habe gerade, mein erster Gedanke war gerade, das kann ich nicht noch mal hören. Also, wenn du es noch mal erzählen willst, bitte, aber seid ihr bewusst, ich bin davon maximal genervt. Und das sagst du dann auch direkt? Das sage ich auch, ja. Ich meine das auch gar nicht böse oder irgendwie, also, ich versuche das dann auch sehr wertschätzend drüber zu bringen und mache das auch nur, wenn ich weiß, irgendwie die Beziehung zwischen dem Sportler und mir passt. So, wo man das dann auch mal sagen kann. Aber dann finde ich das ganz wichtig, das transparent zu machen. Also, es gibt, wenn ich dann jetzt irgendwie hier so tue und, oh ja, du Armer, aber ich in dem Bereich schon zehnmal gesagt habe. Wäre dann auch nicht mehr authentisch. Überhaupt nicht authentisch. Und das wäre auch nicht fair. Also, wenn wir jetzt, das ist jetzt auch jetzt nicht irgendwie, also, ich habe das jetzt so lapidar dargestellt, aber wenn es irgendwie darum geht, dass er es wieder nicht geschafft hat, pünktlich zum Training zu kommen oder wieder nicht geschafft hat, irgendwie mehr zu trainieren, obwohl er es eigentlich wollte. Und er findet jetzt die siebzigste Ausrede, warum das nicht funktioniert hat. Dann denke ich so, okay, also bitte, aber das kannst du jetzt vielleicht oder im Spiegel erzählen, aber bitte mir heute nicht. So, also das sind so Momente, wo ich sage, okay, das nervt manchmal. Aber das ist, glaube ich, in normalen zwischenmenschlichen Beziehungen auch so. Und da finde ich es einfach wichtig, nicht jetzt irgendwie, das darf man dann auch mal sagen. Und ich habe jetzt auch selten oder fast noch nie die Erfahrung gemacht, dass man mir das irgendwie übel nimmt. So, also das ist dann eher so ein, oh, so kann der auch. Aber manchmal hilft das dann ja auch, also wenn man das dann mal so gesagt bekommt. Und ich glaube, man erwartet ja auch von dir diese Authentizität. Genau, also meine Ehrlichkeit gehört, glaube ich, zum Job dazu. Dann komme ich jetzt zur letzten Frage und die ist, was würdest du jungen Athletinnen und Athleten mit auf den Weg geben wollen? Das ist die zweite Frage, wo ich beim drüber nachdenken lange drüber nachgedacht habe im Vorhinein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur etwas ist, was sich auf den psychologischen Bereich erstreckt. Aber ich würde auf jeden Fall raten, sich häufig die Frage zu stellen, macht mir das Spaß, was ich gerade mache? Ich glaube, dass auch junge Sportlerinnen und Sportler relativ schnell in so einem Trott drin sind, wo man was irgendwann auch eine Form von Eigendynamik annehmen kann. Also wenn ich jetzt, ich bin in meinem Kaderstatus, ich habe so meinen Trainingsstützpunkt etc. Und das läuft so vor sich hin, dann ist das irgendwann ja auch gar nicht mehr selbst gesteuert, sondern dann bin ich da montags zweimal Dienstag etc. So, und dann sich ab und zu schon die Frage zu stellen, wofür mache ich das gerade und macht mir das Spaß? Also der Amerikaner spricht immer davon, sein eigenes Why zu kennen. Also das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und klar werden dann viele junge Sportler sagen, ja, ich will mal zur Olympia und so. Und wenn man mir das sagt, dann frage ich relativ oft, willst du das wirklich? Und hast du eine Idee, was das bedeutet? Also ich würde schon eine Form von Auseinandersetzung damit, wenn solche großen Ziele benannt werden. Und dann genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger, macht mir das Spaß, was ich da gerade mache. Also habe ich das Gefühl, dass ich das gerne tue. Weil ich glaube, dass vor allem im Nachwuchsleistungssport, da denkt man immer schon, das ist echt wichtig. Und die deutsche Meisterschaft in der EU 16, die ist total wichtig. Ja, aber das ist halt fünf Jahre später völlig egal, wie du mit 15, 16 warst. Das sollte vielleicht noch eine Phase sein, wo du irgendwie das Ganze auch noch machst, weil du dich, ja, weil es mehr gibt, so als den Sport. Und das wären so zwei Dinge, sich selber zu hinterfragen. Okay, will ich das hier? Wofür will ich das? Und macht mir das Spaß? Und ja, dann, das wäre so, glaube ich, die Hauptmessage. Und ich finde es immer gut zu gucken, wenn man jetzt davon ausgeht, es macht mir Spaß, kann ich noch ein bisschen mehr aus mir rausholen. Und ich glaube, dass vor allem sehr talentierte Jugendliche manchmal auch sehr von ihrem Talent leben können, bis zu einem gewissen Altersgrad oder bis zu einer gewissen Leistungsklasse. Ich würde mir wünschen, dass sie so eine Form von, okay, kann ich noch ein bisschen was ausreizen, so diese Lust auf mehr, die selber bei sich zu suchen, so zu gucken, okay, was ist denn wirklich hart arbeiten? Was kann ich denn noch so rauskitzeln und sich dann auch vielleicht so dem mentalen Bereich zu öffnen? Ist das vielleicht was Cooles, so kann ich da noch was rausholen? Immer mit so einer leicht spielerischen Note. Also so, das macht ja auch Bock, so ein paar Prozent mehr rauszuholen. Das heißt nicht, dass man dann am Ende dafür belohnt wird, aber Jürgen Klopp hat mal gesagt, er hatte Arbeit, ist der einzige Weg, überhaupt irgendwas zu bekommen. So diesen Mindset, den fände ich wichtig und vielleicht als Viertes eine Form von Verantwortung, dass wir eine Kultur haben, wo junge Sportler auch eine Form von Selbstverantwortung tragen. Ich glaube, dass wir immer mehr dahin kommen, dass viel abgenommen wird und viel gemacht wird und organisiert wird. Und in so einem Setting kann dann auch mal schnell sein, naja, das hat heute nicht funktioniert, weil wir waren irgendwie erst eine halbe Stunde vorm Wettkampf da, wir sind zu spät losgefahren und der Trainer hatte nicht den Energy Drink dabei, den ich eigentlich brauche und meine Eltern standen nicht dort. Also am Ende, im Sport geht es um dich so und eine Form von Selbstverantwortung für sein Handeln zu entwickeln, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde, wenn wir da wieder mehr hinkommen. Henning, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.